ich bin schon wieder da wb ganz ehrlich also ich habe es gerade ihre led einmal durch ich glaube die müssen wir nicht anfassen da hat sich irgendwie nicht was geändert lasst uns lassen ja lass es uns mal weil prinzipiell mal rein interesse haben weil das haben wir noch nicht wirklich einmal gemacht mal einfach alle charaktere schritt für schritt durchgehen was denn die fähigkeiten sind also jürgen die kann am anfang feind analyse das wissen wir was es ist das ist ein agent archetyp dann hat sie achtsamkeit aber bekommen achtsamkeit was ja ich glaube die war vorgespielt kann man durch ich glaube die fähigkeiten sind das interessante und die stats kann man ja gleich einmal zeigen ja 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 hast du vollkommen recht hast du vollkommen recht dann schwäche offenlegen kennen wir in wasser angriff hat sich auch nicht geändert das ist quasi ein angriff der kostenlos ist und das ziel debufft bis zum ende des kampfes gegen schwere gegner schärschütze wenn sich der agent in diesen zug nicht bewegt hat er langt er plus sechs ballistik fertigkeit und plus einen schaden bei einzel schuss angriffen für alle fünf felder zwischen ihm und dem ziel das ist das lustig zum beispiel auch nicht okay und sich nicht bewegt hat flink gewährt ein bonus von plus zehn prozent auf ausweichen okay ballistik berechnung wenn der agent ein ziel angreift das unter dem einfluss eines ausnutzungseffekts steht und zwar aus einer entfernung von neuen feldern oder mehr dann fügt dieser angriff plus okay noch mal mehr schaden dann die wahrnehmung wobei ich es immer noch witzig finde dass das wf hier als kleines ding das ist noch falsch das müsste eigentlich egal das englische symbol wf wahrnehmung auf englisch so warte mal die man immer noch was heißt man immer freundlich überlegen perception ja genau also kann das auch nicht sagen da haben sie wahrscheinlich mit waffenfertigkeit oder so was verwechselt das bng gegriffen dann präzisionsangriff für den nächsten angriff gegen ein ziel das von ausnutzung betroffen ist geht dass sich seine deckungseffizienz reduziert dieser angriff hat dann eine treffer chance von noch zusätzlich obendrauf also noch mal besser ganz ehrlich braucht sie eigentlich gar nicht weil sie sowieso gut genug trifft meiner meinung nach das wäre halt eine sache die würde ich umskillen wahrscheinlich aber also halt irgendwie taktisches wissen macht auch nicht so viel wahrscheinlich gemeinsame analyse aber das ist auch okay also für die deckungseffizienz kann man es ordentlich nehmen ich würde es nicht deswegen umskillen immer wenn der agent einen feind angreift wird volle wunden der volle wunden hat fügt dieser angriff diesen feind 16 prozent mehr schaden zu ok dann nochmal beweglichkeit entwaffener angriff schüchtert was entwaffener angriff schüchtert außerdem alle feinde innerhalb ok also das normal einschüchterungen von gewissen radios ok wissen das ist halt für gegen massenheit dann noch mal gut also wenn du dann halt irgendwo block hast schießt da dieses angriff rein und die sind dann alle weniger rüstungen 15 prozent und weniger ausweichen präzise angriff gewährt dem agenten bis zum ende des kampfes einen bonus aufwahlung in höhe von kann gestreckt werden war noch mal mehr wahrnehmen ok alles was sie hat es gilt halt mit wahrnehmung in deckung erlangt der agent plus 25 prozent deckungseffizienz plus 15 wahrnehmung und plus 15 ballistik achtung heilige scheiße ok ok dann würde ich übrigens präzise angriff doch nicht umskillen weil das durchaus sinn macht ja tatsächlich war mir gar nicht so bewusst feinde erleiden einen abzug von also das ist lastwaffenexperte wenn das ziel warum habe ich ihr lastwaffenexperte gegeben das weiß ich nicht was habe ich geraucht ich habe ich muss mich verklickt haben oh warte ist hier scharfschützengewehr eine lastwaffe warte mal müsste doch eigentlich ein ding sein ne ist ein laser tatsächlich ok also ja es macht sinn umfassende analyse wenn das ziel vom feind analysieren zwei oder mehr ausnutzung hatte leiteres plus ein zusätzliches ausnutzen ja schnellsicht in meinen augen kostet nur eine ap ok in meinen augen ist zeit eine fähigkeit mit der ich wenn ich mache ich quasi am ende meines zuges wenn ich das ziel dann zum beginn meines nächsten zuges noch sehe gibt es einen kostenlosen schuss ok das heißt ich kann quasi zwei schüsse pro zu machen wenn ich das richtig anstelle entwaffener angriff upgrade 4 das ziel provoziert darüber hinaus ein gelegenheitsangriff und zwar bei jedem eigenen angriff das ziel provoziert darüber hinaus ein gelegenheitsangriff und zwar bei jedem eigenen angriff heißt es dass wenn das ziel neben abel da steht und es wird von jüdre getroffen haut abel da oben drauf ja das ist neu das habe ich zumindest stopp nein das ziel was getroffen wird jedes also ab ich glaube das gilt für den rest des kampfs ist auch wenn es dann nicht steht sonst würde es keinen sinn machen immer wenn das ziel auf irgendetwas draufhaut von uns darf unsere kostenlos zurückhauen jetzt ok ja so macht es mehr so mehr und dann der kopfgeldjäger teil den kennen wir hat sich da was verändert ist man dasselbe mit ins decken kopfgeld einfordern der kopfgeldjäger führt einen kostenlosen einzelangriff mit der ausgewählten waffe aus dieser angriff trifft immer beendet die bewegung des kopfgeldjägers nicht aber fügt dafür 48 prozent des normalen schadens zu das ist weniger als ich im kopf habe nach jedem dritten feind der von das kopfgeld anfordern getötet wurde erlangt der kopfgeldjäger plus anladung auf ja ok das ist das wo man ja wo man wieder auf zurückbekommen kann das funktioniert auch super gut tatsächlich immer wenn ein verbündeter eine beute tötet erhält der kopfgeldjäger die hälfte der boni die durch die beute zur strecke bringen gewährt werden ok will die jagd der kopfgeld führt gleichzeitig mehrere angriffe aus die anzahl der angriffe ist gleich der anzahl der beute im kampf diese angriffe werden gleichmäßig auf sämtliche beute in sichtige des kopfgeldjäger ausgeführt das haben wir nicht einmal gemacht glaube ich bisher die angriffe treffen immer und führen immer zu kritischen treffern machen wir das bisher so nicht gemacht doch hatte ich einmal gemacht tatsächlich stimmt stimmt ap erhöht dann die wahrnehmung die zwei waffen kampf gegeben für die zwei pistolen ballistik und einmal hinterhalt des jägers wenn der kopfgeldjäger einen einzelschuss angriff auf ein gelähmtes oder betäubtes ziel ausführt erstattet dieser angriff seine kosten zurück und zählt nicht für dieses angriffs limit einmal pro runde okay gut das übrigens müssen wir viel mehr nutzen weil das macht also zusammen mit grenadieren die dann blendgranaten werfen unendlich viel schuss sozusagen fast oder so viel wie die pistole wieder halt drinstehen also das haben wir das haben wir noch nicht einmal genutzt mit ihr so gut das ist auch neu gut die offiziersachen kennen wir alle und ich muss gestehen da hat sich ehrlich gesagt nicht viel geändert ich guck gerade bloß ob es irgendwas ach stimmt mir wird noch schön die eigenschaften von ihr so sehen ihre stats dann halt dementsprechend aus genau viel achtsamkeit und wahrnehmung halten sehen aus wissen ist ihr haupt ding und also sehen aus wissen achtsamkeit und dann halt wahrnehmung und ballistik und ausweichen ausweichen bei ihr als verteidigungs ausweichen also rüstung ist bei ihr eigentlich schniediger hol ich gehe bei ihr komplett ausweichen das ausweichen ist auch bei ihr dasselbe bei jay hat sie irgendwas besonderes sie ist halt vor allem nicht wirklich ein kampfcharakter bei uns deshalb mehr sie ist meister taktikerin da ist jetzt die frage ob sich da irgendetwas inspirieren das ziel erhält plus fünf prozent schaden plus fünf zusätzlichen schaden pro stapel von taktischen foto taktischer vorteil ist halt so ne das war abgeben das war das deck ok dann meine die wunderschöne kassier ja wieder offizieren da hat sich auch nichts genutzt außer dass eben bei ihr gemixt mit ihren navigator sachen genau die navigator sachen im verhältnis eher genommen worden sind als hat sich da irgendwas geändert kann da irgendwas dazu also patch notes wurde da gar nichts erwähnt aber sie ist ja eigentlich kein zioniker ist ja auch nicht so geführt sie hat kein sie wert ok muss man nächstes mal die kümmern lassen die die frage moment moment meister taktikerinnen auch ja passt so wird auch da wie sie fähigkeiten genommen und nicht die meister taktiker fähigkeiten ja also ihre navigator fähigkeiten ja 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 so ideera auch hier die fähigkeiten agent und hier haben die psie fähigkeiten früher können einmal pro runde wird das nächste wird der nächste zug des psionikers in der reihenfolge der rudenden initiative um zwei züge verzögert vorgezogen er darf also vorher diese fähigkeit kann es dem seoniker ermöglichen in einer runde zwei züge zu machen früherkennung hat sie glaube ich gar nicht mehr hat es auch nicht aber ich gucke gerade ob ob es da was neues gibt deswegen einmal pro runde wird der nächste zug des psionikers in der reihenfolge der runde das gab es vorher auch schon ok perfektes timing da hätte es irgendwie ein haken dran irgendwie ein symbol reinmachen können das ist übrigens neue sanktische kräfte bei sanktischen kräften handelt es sich um gebündelte glauben frau mit psionikersetzen sie ein um verbündete zu schützen und kürze zu vernichten das ist was heinrichs hat pyromanie haben sie wohl gebufft das stand da extra drin aber wir haben das nicht noch niemanden der das macht das wäre eigentlich was für heinrichs haben ja gesagt er hat er gesagt das muss irgendwas mit flammen bei ihm geben weil er diesen spruch hat mit der mit der flamme reinigen deswegen habe ich gesagt heinrichs müsste irgendwas mit flammen mit haben ein pyromanik pyromantiker ist ein meister der flammen ein psioniker der segne in fernos aus dem nichts entfachen kann die pyromanie ist eine der spektuellen kärsten und zerstörungsformen psyonische fähigkeiten jene die einem pyromaniker im kampf entgegentreten enden oftmals als verkrugte knochen hoffen und okay ach hier jetzt sehe ich es okay idea ist prophezeiung und telepathie genau jetzt habe ich verstanden okay und daraus ergeben sich dann eben hier die domino geistesbindung psyonische angriffe sind sensorien genau das erste oben ist das genau genau okay warum hat sie dann jeweils warum hat sie dann nichts von gar nichts okay die ersten drei hat sie ne ne warte wenn die da gar nicht angezeigt voraussicht hat sie da kein grüner haken ist nö nö warte mal vorwarnung ok genau du hast hier sind so wie um den zug das ziel wird eine willenskraft probe geblendet ne ne stimmt ja ne was sie hat sie benutzt tatsächlich nur dass die basiskraft die sie fort davon hat aktuell dementsprechend viel achtsamkeit willenskraft und wahrnehmung und wissen wort genau genau ein bisschen beweglichkeit was ja auch viel auf ausweichen geht und unser heinrichs der er ist krieger schild des im brathos hat seelen säubern biomanie sanktische kräfte und pyromanie ist mit stamm markiert fürs nächste mal sozusagen er kann beleben also eine überladung ist auf jeden fall neu bist du noch da ja ok aber es hat mich aus der session jetzt hat die session getrennt wie es aussieht ok wahrscheinlich weil wir zu lange nichts gemacht haben ähm egal äh metabolische überladung die zielverbündeten erlangen augenblicklich einen zusatzzug mit der doppelten anzahl einer seiner normalen bp und pioniker psi wert ap doch sein organismus ist einer enormen belastung ausgesetzt wodurch bis zum ende des kampfes am ende jeden zuges schaden in höhe von fünf prozent seiner maximalen wunden erleitet bis zum ende des kampfes erholt sich das ziel um pioniker wert plus willenskraft geteilt durch zwei wunden zu beginn jedes seiner züge aus dem ok also das drauf und dann das andere drauf und ok die sind auch neu glaube ich die beiden also die ober die haben sich zumindest geändert weil die waren vorher nicht so ob geschwindigkeit ist auch anders bis zum ende des kampfes bis zum ende des kampfes erhöht der ziel erhöht der zielverbündete seine bp um seine beweglichkeit um und seine ap um 1 ok das ist tatsächlich das ist tatsächlich nicht schlecht also hätte ich wahrscheinlich genommen ich setze meinen haken dran die müsstest du ja auch sehen licht des imperators ach das waren die ja die kätzer dinge und hier oben seine normalen föhnen der streiligen karten seine kampf fähigkeiten und er ist also sinne und hat sich ja soweit ich weiß auch nicht viel verändert genau den haben wir quasi so schon ruhig ja das heißt warum kann ich hier nicht mal doch da oben kann ich weiter klicken wir hätten agatha laufen und ballern gemetzel feuer meisterschaft haben wir alles dann ballistikwährigkeit und achtsamkeit ok hier sieht man eine zusammenfassung das ist auch schön kontrollierten schuss hat sie ich kann mich erinnern dass ich sie glaube ich auf möglichst viel kippe match und die wahrscheinlichkeit des krit schadens gespielt hat als soldatinnen und sie ist kopfgeldjägerin das haben wir vorhin schon durchgelesen auch hier will die jagd ap erhöhung und interniert der leuterung stimmt das war noch neu das letzte mal das letzte was man gespielt haben alle feinde im wirkungsbereich von kriegs oder inprinzige rezession erhalten dass einer verstört feinde das war hauptsächlich wegen den außerdem erleiden alle dämonen im wirkungsbereich schaden in höhe der dynamik das war einfach dämonen matchen dann dein charakter schnell feuern ist tatsächlich am anfang sehr ähnlich wie agatha mit dem unterschied dass er halt kein priest da ist nebenher er nannte sich nur soldat und hier er ist tatsächlich darauf spezialisiert so viele schuss wie möglich kleine luft genau dann erz militant ist ganz interessant hat sich aber auch nichts geändert ist halt für verschiedene waffen die ihr einsetzt ich da halt punkte und dann kannst du halten kostenlose angriffe machen und das deckt sich immer weiter da ist auch die heldenfähigkeit ist ähnlich da kriegst du kostenlosen angriff bis zum ende des kampfes er nicht gegen andere angriff limitiert einmal die runde das ist deckt dann noch weiter mit denen mit der vielseitigkeit ja das ende ist ein bisschen günstiger wird und so also so viel bleiben möglich und aber da ist verschiedene waffen typen genau und nachkampf bewegung und ausweichen rüstung reparieren also da stehen und ja nach dem bleiben genau denken und vorhut ist vor mit dem selben ziel tank er soll viel aushalten vorne pasca ist agent auf tech natürlich und intelligenz geskilled weil auch viele dinge von ihnen mit intelligenz stecken medica kann sich selbst teilen oder jemand neben sich stehen mit einem der man reden auch auf schwere waffen spezialisiert da so ein schweres ding tragen kann da glaube ich noch gar nicht eine schwere waffe doch ne er rennt im moment mit einer plasmapistole rum ach stimmt weil wir können weil hier schwach schwere waffenfertigkeit aber wir haben noch keine schwere plasma werfen wir haben den plasma waffen experte gegeben ja ich glaube wir hätten zwar einen schweren beuter dem in die hand drücken können aber das macht ja das heißt der einzige der wirklich umgespielt werden musste weil ich kann das sein aber ja ich sehe es ehrlich gesagt nicht also wir können ja gucken was das wäre des kampfes irgendwie noch was auffällt aber mich sieht das alles okay aus ja